Hier dreht längere, harte Sauna und zwar hat der Wagen einen Jahrgang 1741, 6-Zylinder-Bisum, hat 100 PS und hat eine Handschaltung, eine 8-Gang-Schaltung und das Gesamtgewicht von diesem Fahrzeug ist 11,3 Tonnen. Aufhol, Fühlbett-Technik, mach ich los, 37 plus 2 Meter, was ist das? 37 plus 2 Meter, das ist der Tief von den Leuten, der ISP auch ist es, und so ist es, Untertitelung des ZDF, 2020